Hallo Marcel vom Autoladen Dresden. Ich grüße euch. Ich würde euch gerne mal eine Neuankömmlinge vorstellen. Und zwar ist es ein VW Charan 2L TDI in der Highline Ausstattung. Das Fahrzeug hat 170 PS und hat 120.000 km gelaufen. Demzufolge logischerweise im gebrauchten Zustand, wenngleich der Zustand wirklich gut ist. Das spricht für sich. Mein Kameramann, der André, wird euch das gleich mal zeigen. Da können wir uns das Fahrzeug mal von außen und von innen zeigen. Wie man jetzt schon sieht, das Fahrzeug hat integrierte Kindersitze. Das finde ich mega. Weil da braucht man nämlich nichts mehr extra kaufen. Ansonsten bringt das Fahrzeug diverse Spielereien mit wie Navigation, diverse Media-Funktionen, Tempomat ist an Bord, eine automatische Lichtschaltung im Echt guten Pflegezustand, eine Teilederkombination mit Alcantara. Ja, es ist nichts abgeranzt oder irgendwas. Sieht wirklich echt toll aus, muss man wirklich so sagen. Der André lacht schon hinten am Telefon. Aber es ist jetzt endlich einfach nur ehrlich und das finde ich gut so. Dann eine elektrische Verstellung für die Sitze ist mit dabei. Hier hinten kann man sogar auch zwei Leute noch positionieren, sprich hinsetzen. Das ist quasi ein Sechssitzer. Ja, und eine Anhängerkupplung ist auch mit verbaut. Finde ich klasse. Da kann man auch mal was größeres ziehen damit, mit dem Fahrzeug. Ja, ich würde mal die Türe mit zumachen. Da sieht man das Auto mal im Gesamten. Wie hier auch die ganze Linie von dem Fahrzeug quasi. Hier ist kein großer Kratzer oder Delle oder irgendwas dran. Klar, Gebrauchsspuren werden immer da sein. Aber ja, das ist halt so bei gebrauchten Fahrzeugen. Wenn euch das gefallen hat, meldet euch via Instagram, Facebook zu diesem Fahrzeug und können wir auch gerne dann Video telefonieren zu dem Fahrzeug. Das heißt, wir können alles miteinander besprechen. Sei es eine Finanzierung, sei es eine Entzahlungnahme. Wir können euch das Fahrzeug liefern. Würde mich freuen, wenn wir da irgendwie zusammenkommen. Wir müssen ja jetzt gerade irgendwie reagieren. Das heißt, wir wollen ja unser Geschäft deswegen trotzdem weiter aufrechterhalten und das schafft Vertrauen. Das ist transparent. Ich kann euch das Fahrzeug vorstellen, indem wir dann auch mal eine Probefahrt machen. Wenn euch das zusagt, hinterlasst Feedback. Würde mich freuen. Bis die Tage. Bleibt gesund. Tschüss, tschüss. Tja, tja.